Hallo, ich bin Lou Fogg. Ich komme aus Zeitz, wohne jetzt woanders und habe vor etlichen Jahren ein Lied über Zeitz geschrieben, was eigentlich vor allem den Zweck hatte, ursprünglich Leuten, die Zeitz nicht kennen, zu erklären oder klarzumachen, wo Zeitz in etwa ist und was es da gibt. Und für Leute, die in Zeitz wohnen, ist es vielleicht sowas wie eine Bewusstmachung, was es in Zeitz Gutes und Schönes gibt und weswegen es sich lohnt, trotz aller Eigenheiten in Zeitz zu wohnen und es hier zu genießen. Ich kann mich nicht beklagen, sie liegt gar nicht schlecht an einem Fluss, Brücken gibt's, dass man nicht schwimmen muss. Komm mal mit und schau's dir mal an, es hat durchaus auch seinen Reiz. Ich wuchs da auf und erlange dort, in dieser Stadt in Zeitz. Viele gehen weg, wenige bleiben, ich zog auch vor, dass sie sich nicht vermeiden. Ich komme zurück und kenne mich aus, es ist nun mal so, hier bin ich zu Haus. Häuser stehen leer, doch gibt es ein Schloss, die Bewohner gehen weg, als man die Fabriken schloss. Komm mal mit und schau's dir mal an, es hat durchaus auch seinen Reiz. Ich wuchs da auf und erlange dort, in dieser Stadt in Zeitz. Es gibt einen Bahnhof, das ist doch toll, dort halten Züge, die sind immer voll. Die fahren nach Leipzig in die große Stadt, fahren von dort in die Welt, wenn man mal Fernweh hat. Ich höre jetzt auf, ihr wisst Bescheid, von Leipzig nach Zeitz ist es nicht sehr weit. Komm mal mit und schau's dir mal an, es hat durchaus auch seinen Reiz. Ich wuchs da auf und erlange dort, in dieser Stadt in Zeitz.